Das Wasser wird aufbereitet. Intelligent Water System IWS mit der Filterpatrone Klaris. Wasser ist das zweite Naturprodukt, das der Vollautomat von Jura verarbeitet. Dabei sind zwei Aspekte zu beachten. Zum einen ist dies der Kalk. Dieser setzt sich durch das Erhitzen des Wassers ab. Zum anderen sind dies Stoffe, die sich im Wasser befinden und den Geschmack beeinträchtigen können. Die revolutionäre Technologie des Intelligent Water System IWS erkennt automatisch, wenn ein Filter eingesetzt worden ist, ohne dass eine entsprechende Programmierung notwendig ist. Die Filterpatrone Klaris basiert auf dem Aufstromprinzip. In der Filterpatrone Klaris befinden sich 100% natürliche Inhaltsstoffe. Die im Filter enthaltenen Granulate werden durch das Aufströmen des Wassers aufgewirbelt und filtern es mittels Ionenaustausch. Ein Minimum an Kalk bleibt gelöst im Wasser, um ein Optimum an Aroma aus dem Kaffeepulver herauszuholen, fällt in den Heizkörperleitungen aber nicht als Kalkablagerungen aus. Die für die Gesundheit wichtigen Mineralien und Fluoride bleiben erhalten.